Hallo zusammen! Ich habe einfach an zwei oder drei Tagen im April auf dem Weg von circa drei Kilometer zu unserem Garten die Kamera mitgenommen. Es ist mir einfach absolut unverständlich mit welcher Einstellung so viele Menschen sich im Straßenverkehr verhalten. Das hat es ja auch vollgebracht. Verkehrsregeln, Straßenverkehrsordnung, Rücksicht, Miteinander, Nein, das ist einfach das Recht des Stärkeren. Und dann noch die Infrastruktur. Das ist immerhin die Hauptverkehrsachse von der Innenstadt in die südliche Hälfte der Stadt Lüster. Mal sehen, wie es im Mai wird. Mal sehen, wie es im Mai wird. Mal sehen, wie es im Mai wird. Mal sehen, wie es im Mai wird.